Ich habe George Ligeti kennengelernt im Jahr 1985. 1985 war die Zeit, in der die mathematischen Fraktale das Licht der Öffentlichkeit erblickt haben. Arbeiten, die wir damals gemacht haben, wurden im Geomagazin gezeigt. Das war dafür, dass das Mathematik war, eine Sensation. Und ein guter Freund aus Göttingen, Manfred Eigen, der wiederum mit George Ligeti befreundet war, hatte einen Katalog einer Ausstellung unserer damaligen Arbeiten mit diesen merkwürdigen mathematischen Fraktalen, die vorher nie jemand gesehen hatte, und schenkte das Ligeti. Und unmittelbar danach nahm er Kontakt auf und wollte unbedingt mit mir darüber reden, und war fasziniert von dem, was er da sah, und wollte nun wissen, was das ist. Und es ergab sich sehr bald, dass das irgendwie zusammenpasste. Er hat seit seiner Kindheit immer eine gewisse Beziehung zur Mathematik gehabt. Mathematik war etwas, das ihn interessierte. Er nahm so gut er konnte, daran ein bisschen Anteil. Mathematik kann man aber nicht wirklich lesen, wenn man nicht Mathematiker ist. Und diese mathematischen Fraktale kann man ja angucken. Man kann sie sehen. Und sie sind merkwürdig. Sie sind geheimnisvoll. Und wenn man dann hört, das ist Mathematik und das ist neue Mathematik, dann passt das eben zu seinen Interessen, die, wie schon gesagt, aus der Kindheit offenbar immer erhalten geblieben sind. Und hier konnte er Zugang finden, weil er es visuell wahrnehmen konnte. Und dann ergaben sich viele, viele Gelegenheiten, wo wir uns getroffen haben. Und Schritt für Schritt wurde aus der Bekanntschaft eine Freundschaft. Und wir drangen tiefer und tiefer in meine Arbeiten ein, in meine mathematischen Arbeiten, in der Chaosforschung und der fraktalen Geometrie. Und ich gewann Zugang zu etwas, was mir bis dahin vollkommen unerschlossen war, nämlich neue Musik.